Ich lerne Deutsch. Nummer 11552 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Komm in unser Team! Wir bieten dir eine attraktive Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen. Ich messe deine Taille mit dem Maßband ab. Du bist sehr schlank. Die Organisation bekennt sich zu sozialer Verantwortung und ethischem Handeln. Kannst du mich stützen? Mein Knie ist verletzt. Kannst du mich stützen? Mein Knie ist verletzt. Das Rauschen eines Wasserfalls ist für mich die natürliche Musik der Entspannung. Das Rauschen eines Wasserfalls ist für mich die natürliche Musik der Entspannung. Rechtsanwälte sind in der Lage, ihre Mandanten in schwierigen rechtlichen Situationen kompetent und effektiv zu beraten und zu vertreten. Zu den Aufgaben eines Rechtsanwalts gehören Verhandlungen mit Behörden und anderen Dritten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Ausnahme 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 Vielen Dank.